Das ist E.B. Er soll das Ostergeschäft seines Vaters übernehmen. Aber seine Bestimmung... E.B. ...ist der Rock'n'Roll. Es wird Zeit, dass du arbeitest und nicht nur trommelst. Dad, ich will Drummer in einer Band sein. Und ich will die Welt sehen. Eine 4000-jährige Tradition geht nicht zu Ende. Nur weil ein egoistischer Hase keine Lust darauf hat. Ich muss mein eigenes Ding durchziehen. In Hollywood! Alle großen Künstler leiden, bevor sie berühmt werden. Diese Lady hat Harry Potter geschrieben, als sie pleite war. Ich hab das Talent, ich hab die Power. Und jetzt hab ich... ...erst mal einen Unfall. Weißt du was, wir können die Versicherungs-Fuzzis da gerne rauslassen. Wir müssen E.B. finden. Wir brauchen sofort die Pings. Ich kann echt überall pennen. Ich bin da nicht wählerisch. Worin sind die Zeitungen? Na ja, du bist ein Tier, also... Ah ja, ich verstehe schon. Ich schlafe also hier unten, in meinem eigenen Puppi und Pippi, wie ein Schwein. Er zieht ein. Bin richtig schön. Ich lausche, ich lade den Bart im Jacuzzi. Jacuzzi? Kannst du ihn jetzt abschalten? Nein! Hat ganz schön viel Schaum gemacht. Jagt seinen Traum. Hatte noch nie eine richtige Stunde! Und lässt sich von nichts und niemandem aufhalten. Oh nein, die Pings. Brad, warum stecke ich ihn im Karton? Brad! Ich bin auch lieb. Ich räume alles auf. Ich bin was Besonderes. Ich bin echt was Besonderes. Was machst du da? Jelly Beans? Gut, du sprichst und pupst Süßigkeiten. Du begreifst das nicht. Ich habe ein Date mit dem Schicksal. Hasselhoff. Wow! Alles dreht sich um Candy. Nicht essen. Brad, entspann dich. Wassermelone. Six. Darf ich's mal anpassen? Au! So, jetzt hast du's angefasst. Danke. Und Rock'n'Roll. Stopp! Stopp! Ich mag's nicht. Ich liebe es! Hopp! Osterhase oder Superstar? Sieh doch mal, wie süß diese Stoffhäschen ist. Der ist ja so weich und süß und flauschig und... und... und warm. Hat sie einen Freund oder so? Nein, sie ist Single und steht voll auf Häschen. Das ist ja so weich und süß.